Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, ich habe einfach am Wochenende ein bisschen mit Jay gezockt und heimlich aufgenommen, er wusste nicht mehr davon, dass ich aufnehme und ja, ich habe einfach die besten Szenen zusammengeschnitten für euch in so einem kleineren Video, weil die original Videolänge wäre anderthalb Stunden, ich habe das bisher zusammen gehabt, dass es für euch die besten Szenen rausgesucht und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr das Video bewertet, wie es euch gefallen hat und sehr, sehr wichtig, dass ihr euer Feedback oder Kritik und Wünsche an die nächsten Videos in die Kommentare schreibt, das ist sehr wichtig, weil ich das zum ersten Mal mache und ich wissen möchte, was ich besser machen kann und was ich gut gemacht habe, was ich beibehalten soll und nebenbei möchte ich mich natürlich auch an 900 Abonnenten bedanken, vielen Dank an euren Support und vielen Dank an alle Leute, die dieses rote Knöpfchen gedrückt haben auf meinen Channel, mehr werdet ihr sehr viel und viel mehr für euer Support, Leute, bevor noch jemand fragt, die Kameraeinschung habe ich selber gerade ausgedacht, die ist natürlich nicht geklaut, von hinten an mir YouTubern. Ja, quatsch, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Weißt du, was noch so lange ist? War es dein Schwanz? Ja, ich weiß. Oh, Schatz, warte, okay, ich habe auf. Denkst du, wo bist du gespawnt? Oh, du wurdest erkannt. Ja, ich bin fair im Halt. Ja, ist klar. Ja, hey, 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 hey. Passt auf hinter dir. Oh. Bam, Alter. Ups, ich habe dich geschlagen. Sorry, Mann hat dich auszusehen. Ura, Fick. Oh, ich habe dich getötet auszusehen, sorry. Willst du mich verarschen? Wo ist mich? Ich bin vor dir. Nicht mit dem Diax. Wieso nicht mit dem Diax? Keine Ahnung. Alter! Ups. Ja. Oh, Ataka, nimmst du gerade ein Troll-Video? Pass auf, mein Gott, Alter. Oh, Kombo. Nimmst du gerade ein Troll-Video auf? Hä, nein. Ich tötte dich doch gar nicht. Ich habe dich doch gar nicht getötet. Noch vor der Gerunde. Halbes Herz. Ah, ah, hier ist der wieder. Ja, genau deswegen bin ich ja weggelaufen. Lass mich, der hat euch ja vorwiegend die Herzen. Vorwiegend die Herzen. Jetzt hier nicht boosten. Hier ist Lava. Ja, 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 ausrede. Fuck, ich bin in die Lava gejampt. Niga, bumm, smash. Bam. Ähm, ich habe ein kleines Problem, ich habe drei Herzen, zweieinhalb, zwei, anderthalb. Ich auch, voll, voll. Ich voll, voll. Ich voll, voll. Abis Herz. Ich voll, voll. Gigi. Du hast gewonnen, du Spastard. Anderthalb Herzen, Bruder. Anderthalb Herzen. Ich weiß noch damals, warte, warte, wie heißt es? Weh-Blog. Ey, die Weh-Blogs waren geil, lass mich mal. Ich wollte ja nicht, dass man es sonst V-Log nennt, sondern Weh-Blog. Ich rasier dich mit ungebratenen Hühnchen, Alter. Kann man damit rasieren? Klar, Alter. Mit Shampoo? Mit Shampoo geh, Alter. Oder mit Zampasta? Mit Zampasta, ja, ich würde sagen Shampoo. Okay. Zampasta ist aber auch nicht schlecht. Stirbst du? Nein, ich bin froh. Warum nicht? Halt, ich hab's, äh, warum nicht? Es ist so, ob du es mit Kondom machst oder ohne. Hey, dann ohne. What the fuck. Und dann kriegst du AIDS. Hast du ja sowieso schon. Ja, von daher, was willst du machen? Als er dann auch, äh, AIDS hoch 2 passt, was will ich machen, Alter? Mein Leben ist sowieso weit vorbei. Kann man die multiplizieren? Keine Ahnung. Was ist dann die Wurzel von AIDS? Hä, keine Ahnung. Äh, Ebola? Hä, Ebola? Dann heißt es da, Ebola im Quadrat ist gleich AIDS, oder? Gut, dann lass mal da hinlaufen. Weißt du, welche Richtung es ist? Süd, Ost, Werd, Ost. Werd, Ost? Du bist ja richtig PvP-Spieler. Mega-bums mich. Was? Digger bumst mich? Mega-bums mich. Wo bist du? Hinter mir ist einer. Hilfe, Mama, Mama, ja, hinter dir, Hilfe. Danke. Das ist viel cooler, wenn man das... Ich habe überlebt. Warte, sind wir überhaupt in Teams erlaubt? Boah. So, Alter, wir haben hier schon 10 Minuten gespielt. Da fällt mir ein, das ist ein, nachzuschauen, ne? So, Alter, mach mal doch nichts. Ja, doch, wir haben vorhin schon in der Runde Teams gesehen, ne? Ja, ja. Ja, ihr schlechten Loops, Alter, du wurdest von Flowly getötet. Oh, der hat sich ausgelockt. Oh, geht's natürlich auch. Hab ich gehört, ne? Wo ist denn hier? Nee, 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 hab's gehört. Alles okay bei dir? Nö. Oder ist jemand hinter mir? Sogar zwei Leute. Ah, nee, ich laufe noch nicht hinter. Der hat nicht die Axt. Die hast du bekommen. Ja. Zum Glück nicht du. Soll ich den Leuten immer ne Waffe. Pass doch nicht, dass du runterfällst. Dicker, guck mal hier, ich steh hier am Rand. Ja, du standest so hier und ich hab dich einmal geschlagen, dass du hier standest. Ah, ich wollte dich gerade auch schlagen, aber... Ich hab gedacht... I have very big problems. Oh. Oh, oh. Dings gibt's hier mal den Schatten mental? Ich glaub schon, irgendwo oben, soweit ich weiß. Aber ich weiß es nicht genau. Hast du gar keine Ahnung, Alter. Hier geht's gar nicht hoch. Ja, sch... Hm. Doch geht's. Okay. Aber hier geht's nicht hoch. Ich schaff' Ja, natürlich geht's hier weiter hoch. Willst du mir jetzt ja... Ah, hier nicht, aber... Ah, hier, glaub ich. Ja, da. Ja, spring einfach weiter. Alles klar, ist ja nicht so, dass du irgendwie... Nee, hier geht's nicht mehr weiter. Sicher? 100 pro. Ja, okay. Warte, es gibt so einen Bug. Was machst du? Ja. Ich wollte dich gerade hochschlagen, dass du... Sorry. ...nach hoch kommst. Wieso schlag ich dich nicht hoch? Weil du hast doch das Level... Du hast mich runtergeschlagen, nicht hoch. Ja, sorry. Dann geh ich hier hin. Ja. Geh da hin. Schau gegen die Wand und spring. Nicht ich, du. Du hast doch das Level und das Schwert. Leute, hier ist ein Loch. Was? Das ist ein Loch. Was bitte? Alter, ich schwör, hier ist im Baum einfach ein Loch. Ich bin auch tot. Der geht übelst tief runter. Warte, lass mich das mal bitte angucken. Warte, warte. Muss man damit full life durchbrettern? Hä, wo bist du, Alter? Wie bist du da reingekommen? Alter. Okay, da ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Ich schwör. Und was ist da dann? Da fiel so ganz tief runter. Ja, aber mehr bringt das nicht, oder was? Nee, hier ist nix. Hier ist aber eine Zwischenetage. Ja. Wie bist du gestorben? Ich bin einfach... Keine Ahnung, ich bin so. Guck. Hier. Na, Verkon, ja. Und dann... Genau hier bin ich gestorben. Hier sieht man sogar nur meine Sachen. Hä, warum hast du das gemacht? Ja, hä? Suizid? Schuldgefühle vielleicht? Du wärst eigentlich nicht gestorben, aber ich hab dich nochmal gepustet. Das war ein hoher Sohn, Alter. Ich weiß.